Und hier bringen wir die nächste Hündin zurück nach Hause. Sie lebt hier auch an den Thermen an der Außenstelle. Ganz, ganz liebe Hündin. Sie wird auch schon freudig begrüßt hier. Das ist nicht die richtige Betreuerin. Die richtige Betreuerin ist heute frei. Da zieht sie dahin. Ich gehe gleich einen Schwenk auf die Truppe, auf die Familie. Hallo! Ja, wir gehen da schon wieder. Heute ist das Wetter ja ziemlich bescheiden. Und da ist halt jetzt die Familie drin, die wir da aus diesem Fabrikhochhaus, sage ich jetzt mal, rausgeholt haben. Wir hocken jetzt alle in der Bude bei dem Regen. Die Mutter mit ihren acht Kleinen. Da gehen wir jetzt mal rein, mal gucken, ob es allen gut geht nach der ersten Nacht.